Israel entstand als Staat nach dem zweiten Weltkrieg in Folge des Holocaust und dem Streben nach einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk. Die UNO verabschiedete 1947 einen Plan zur Teilung des britischen Mandatsgebiets Palästina in zwei Staaten. Einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat. Am 14. Mai 1948 wurde Israel offiziell die Unabhängigkeit erklärt. Dies führte zu einem Krieg mit den benachbarten arabischen Staaten, der bis 1949 dauerte und zur Vertreibung vieler Palästinenser führte. Dies war der Beginn eines langanhaltenden Konflikts zwischen Israel und seinen Nachbarn, der bis heute anhält und vor wenigen Tagen einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Wir sprechen heute mit der Buchautorin und strategischen Analytikerin Mag. Monika Donner einerseits über diesen neu entflammten Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Andererseits wollen wir aber auch etwas weiter zurückblicken und uns die Geschichte dieses seit Jahrzehnten andauernden Konflikts ansehen. Monika, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und zu uns ins Studio gekommen bist. Danke für die Einladung, liebe Nico. Freue mich sehr. Wir wollen jetzt gleich einmal mit dem jüngsten neuen Konflikt quasi beginnen. Am 7. Oktober drangen Hamas-Terroristen in israelische Gebiete ein. Kurz darauf richteten sie auf einem Musikfestival und auch in israelischen Siedlungsgebieten ein regelrechtes Massaker an. Weit über 1000 Zivilisten, darunter vor allem Frauen und Kinder, wurden getötet. Und viele können nach wie vor nicht verstehen, wie es den Hamas-Terroristen gelungen ist, durch die Grenzen zu kommen. Quasi, weil man muss ja dazu sagen, Israel verfügt über eine Vielzahl von Sicherheitssystemen und Maßnahmen, um die Grenzen zu überwachen und zu schützen. Dazu gehören hohe Zäune, Sicherheitsbarrieren, Überwachungskameras, patroulierende Streitkräfte sowie eine hochmoderne Überwachungs- und Sicherheitstechnologie. Also wirklich eine top überwachte Grenze. Monika, wie kannst du uns das erklären, dass Hamas-Terroristen diese Grenze überwinden konnten und dann stundenlang ein Massaker auf israelischem Gebiet anrichten konnten? Es ist aus meiner Sicht nur in einer Form erklärbar, nämlich, dass es zugelassen wurde von der israelischen Seite. Absichtlich zugelassen wurde, um einen Kriegsgrund zu schaffen und eine Gegenaktion durchführen zu können, die ohnehin geplant war. Also nicht nur angedacht, sondern auch geplant war. Wenn man sich allein den Grenzstreifen anschaut, wir wissen, das sind rund 60 Kilometer die am besten gesichertste und am modernsten gesichertste Grenze der Welt. Wir haben nicht nur Beton und Zäune in die Höhe, sondern auch bis zu 40 Meter Tiefe, damit man sie nicht durchgraben kann. Automatische Sensoren vorgelagert, einige hundert Meter in den Gazastreifen hinein. Die Wachtürme, die alle zwei Kilometer sind, schauen in den Gazastreifen hinein. Die ganze Anlage vermittelt den Eindruck eines riesengroßen Gefängnisses. Und wie der jüdische Politikwissenschaftler Norman Finkelstein sagt, ist das das größte Konzentrationslager der Welt. Er spricht das so aus. Er weiß, was Konzentrationslager sind. Seine Eltern haben den Holocaust gerade überlebt und wissen daher, wie man ein Konzentrationslager aufbaut, wie das ausschaut. Und er identifiziert das mit einem KZ. Da drinnen leben die Menschen in einer Bevölkerungsdichte von ca. 6.000 pro Quadratkilometer. Im Rest Israel 400 Personen pro Quadratkilometer. Nur ist dort das Ackerland auch noch dabei. Das heißt, in den Städten ist alles so zusammengepfercht in den billigsten, schäbigsten Bauten, sodass die wahrscheinlich eine Bevölkerungsdichte von 15.000 pro Quadratkilometer in den Stadtbereichen haben. Es wird intensiv bewacht, weil es ja schon exzessive Konflikte und Ausbruchsversuche vorher gab. Es gibt jetzt einige israelische Offizierinnen und Soldatinnen hauptsächlich, also in der weiblichen Form, die öffentlich sich schon geoutet haben bzw. öffentlich von sich gegeben haben. Das ist unmöglich, dass so etwas passiert, ohne dass es zugelassen wird von der israelischen Seite. Es gibt auch einen Rabbi, einen der bekanntesten Rabbis aus dem israelischen Raum, der im Fernsehen, in den Israeli News, News of Israel gesagt hat, laut seiner Rücksprache mit Geheimdienstleuten, also nicht er ist der Meinung, sondern laut der Rücksprache mit Geheimdienstleuten, wahrscheinlich Mossad, ist es so, dass es sich nur um einen Inside-Job handeln kann. Inside-Job in dem Sinn, dass zwar nicht die Aktion durchgeführt wurde von israelisch und da vielleicht in Hamas-Kleidung oder so, nein, sondern die Hamas hat das schon durchgeführt, aber es wurde zugelassen. Es wurde alles getan, damit es passieren kann, indem die Vorwarnungen ignoriert werden. So gab es bereits Tage vorher ein Szenario, in dem Manöver stattfanden der Hamas. Vorübungen auf der Gaza-Seite, vor den Zäunen, vor der Sperranlage. Und das stand auch in den israelischen Nachrichten. Das heißt, es ist ausgeschlossen... Mittlerweile wieder gelöscht, muss man dazu sagen. Wieder gelöscht, ja. Ausgeschlossen, dass das der Geheimdienst nicht wusste. Und genau das sagt ein deutsch-jüdischer Arzt und Journalist, der in Israel lebt. Ja, aber das sind wirklich harte Anschuldigungen, Monika, die du hier in den Raum wirfst. Du hast ja auch jüngst auf einer Protestkundgebung in Wien behauptet, es war eine False-Flag-Operation. Auch harte Worte. Es gab viel Kritik in den Mainstream-Medien über diese Äußerungen und auch auf Axe, vormals Twitter. Wie manifestierst du jetzt diese Aussage? Ich meine, alleine die Aussagen jetzt von Soldatinnen und Soldaten, reicht das aus, um eine solche Behauptung in den Raum zu stellen? Also, erstens habe ich die Aussagen von Juden, von Israelis. Es handele sich um einen Insight-Job, herangezogen und habe dann überprüft, analysiert, strategisch analysiert, ob das tatsächlich möglich ist, was hier behauptet wird. Ich war selbst überrascht. Und dann habe ich gedacht, eigentlich bleibt nur diese Schlussfolgerung über. Vorwarnungen ignoriert, 15 Durchbrüche in der stärksten Grenzanlage der Welt, die nicht registriert werden und dann 5 bis 7 Stunden kein Einschreiten der militärischen Streitkräfte. Bei einem vorausgehenden, das muss man auch noch wissen, vorausgehenden Raketenangriff aus dem Gazastreifen auf Israel, das den Iron Dome, sprich das automatische Raketenabwehrsystem, wo Raketen abschießen und die Interception von 90 Prozent nicht ganz erfüllt wurde, weil das System völlig überlastet war, ist klar, man muss Truppen zur Quelle der Raketen hinschicken. Und das ist im Gazastreifen. Also selbst wenn man die Durchbrüche aus irgendeinem Grund nicht realisiert hätte, weil die ganze Anlage ausgefallen ist, ist es so wie in jedem Militär der Welt, geht automatisch die Alarmmeldung an den Diensthabenden Offizier in diesem Abschnitt durch. Hier ist die Anlage ausgefallen und allein aus diesem Grund wären schon Truppen hinzuschicken. Jetzt haben wir zusätzlich noch die Raketenangriffe. Und die Angriffe vor Ort, über die berichtet wurde. Und es sind fünf bis sieben Stunden, ist kein einziger israelischer Soldat anwesend. Und da haben eben jüdische Soldatinnen und Ex-Soldatinnen, die auch Journalistinnen jetzt sind, vor laufender Kamera gesagt, dass das so unmöglich ist, denn nicht einmal eine Kakerlake, ihr Wortlaut, kann über die Mauer klettern, ohne dass das registriert wird. Und wenn dort nur ein Steinwurf auf die Mauer stattfindet, fahren sofort auf der jüdischen Seite bis zu 20 LKWs auf mit Soldaten, mit Truppenkontingenten, um hier abzuregeln, gegebenenfalls. Also es ist absolut ausgeschlossen, das Szenario, so wie es uns dargestellt wird, sagen Juden. Und ich war offiziert beim Heer, ich habe auch Erfahrung, auch im Jagdkampf, das heißt, ich weiß, wie man mit geringstem Auffahren Schäden anstellen kann, also bewirken kann, auch aus meiner Sicht, ist das undenkbar, so wie es offiziell dargestellt wird. Es ist ein Inside-Job in dem Sinn, eine False-Flag-Operation in einer atypischen Form, also nicht in einer typischen Form. Also keine unmittelbare False-Flag-Operation, aber eine A-Tunde. Das habe ich auch vor der Demo schon mit dem Thorsten von Zensurnein Danke, er ist Jude, jüdisch und Jurist, lebt in Deutschland, hat aber gute Kontakte in Israel. Wir haben gemeinsam eine Sendung gemacht, zwei Stunden lang am 12. Oktober, also zwei Tage vor der Demo. Wenn die Nachrichten, die sich über den Saga auf der Demo aufregen, nachgeforscht hätten, hätten sie sofort feststellen können, dass wir hier eine fundierte Analyse vorgelegt haben, die keinen anderen Schluss zulässt, als eine atypische verdeckte Operation. Was ist eine verdeckte Operation für die Zuseher? Eine verdeckte Operation ist nichts anderes als ein Täuschungsmanöver, in militärischer und oder geheimdienstlicher Art, um die Weltöffentlichkeit und insbesondere die eigenen Allianzpartner zu täuschen, dass ein Angriff der Gegenseite einen Gegenangriff erfordert. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du bist der Staat Orange, der Repräsentant des Staates Orange, ich bin Staat Grün. Und ich habe jetzt vor, im Staat Orange mir Ressourcen oder Land zu rauben. Also habe ich das Ziel, hier militärisch einzudringen. Das kann ich aber nicht machen vor der Weltöffentlichkeit, ohne dass du vorher aggressiv warst. Ich möchte dich als Böse darstellen. Also muss ich dafür sorgen, dass die Weltöffentlichkeit und auch meine Allianzpartner glauben, dass du mich angegriffen hast. So, also mache ich was? Ich sage als Staat Grün meinen Soldaten, ihr zieht jetzt orange Uniformen an und überfällt unser eigenes Land. Und dann sage ich so, ich wurde angegriffen vom Staat Orange, Vergeltungsschlag in Grün. Okay? Eine klassische verdeckte Operation. Wie sie zum Beispiel stattgefunden hat 1939, wie der Gleiwitzer Sender von SS-Soldaten, die in polnische Uniformen gesteckt wurden, angegriffen wurde. Und Hitler hat dann gesagt, es wird zurückgeschossen. Also der böse Feind hat angegriffen. Das ist, oder Northwoods, die Northwoods-Pläne von 1962, die sind 1997 in Freedom of Information Act freigelegt worden. In die Northwoods-Pläne 1962 sahen die große Invasion in der Schweinebucht vor. Und dazu war vorgesehen, kann man im Dokument nachlesen, F-68 eigene US-amerikanische Flieger mit kubanischen Hoheitsabzeichen zu übermalen, damit die Beobachter den Eindruck haben, es handele sich um kommunistische MIG. Und hätte denen diesen Fliegern befohlen, die eigene Bevölkerung anzugreifen. Das ist dokumentiert. Solche Pläne gibt es bis zum heutigen Tag. Das ist die typische verdeckte Operation. Jetzt kommen wir zur atypischen, die ist etwas schwieriger zu durchschauen. Aber man kann es, wenn man will. Die atypische verdeckte Operation schaut so aus, dass man nicht sagt, make it happen, also ich mache das direkt in der Uniform des Gegners, sondern let it happen, lass ihn kommen. Also ich provoziere die Gegenseite so lange und ermögliche, dass das Vordringen, der Angriff der Gegenseite tatsächlich passiert und lasse dann so ausschauen, als würde es mich überraschen. Und genau das ist hier in Israel der Fall, gemäß meiner Analyse. Solche Fälle kennen wir bereits 1941 Pearl Harbor. Man wusste, die japanische Armada ist unterwegs, hatte sie längst von den Küsten gepeilt, geortet. Man hat sogar die Mini-U-Boote vor Pearl Harbor ignoriert in Hawaii, um die Pazifikflotte, die eigene, nachdem man die Flugzeugträger abgezogen hat, attackieren zu lassen von der japanischen Armada, von den Flugzeugen. Es haben sogar die Kommandanten der Flugzeugträger gefragt, die herausgezogen waren, dürfen wir hier bitte einschreiten. Das wurde abgelehnt. Das heißt, man hat sich den Kriegsgrund geschaffen. Man hat gesagt, okay, die Japaner haben hier das zerstört, um in den Zweiten Weltkrieg einzusteigen. Und der Hauptgegner war natürlich nicht Japan, sondern das Dritte Reich, Deutschland. Das Ähnliches kennen wir von 9-11. Da hat man auch was zugelassen. Das heißt, es ist auch eine atypische verdeckte Operation. Man bereitet etwas vor, man begünstigt, dass es überhaupt zum Angriff kommt. Nur der Angriff wird de facto nicht tatsächlich unter falscher Flagge, in falscher Uniform gemacht, sondern man weiß, der kommt wahrscheinlich ohnehin und lässt ihn durchführen. Vielleicht sogar von Kräften, die man selbst mit aufgebaut hat. Wenn man weiß, dass der Gregor Gysi im Deutschen Bundestag gesagt hat, die Hamas wurde aufgebaut von Mossad, genauso wie der IS, der islamische Staat, mit aufgebaut wurde von Amerika. Was übrigens auch der Ron Paul, eine Kongresslegende in den USA, ein Politiker, der für den Weltfrieden ist, auch gesagt hat, wir haben ISIS mit aufgebaut, mit Geld, mit Waffen und so weiter. Und jetzt sieht man das ja in Afghanistan beispielsweise auch mit der Taliban, wo die amerikanischen Streitkräfte Militärgüter im Wert von 80 Milliarden Dollar in Afghanistan zurückgelassen haben. Monika, nichtsdestotrotz, das sind harte, harte Worte. Und bei Gott, ich meine, man kann sich auf die Mainstream-Medien jetzt bei Weitem schon seit längerer Zeit nicht mehr verlassen, aber kaum ein Medium vertritt diese Ansicht, die du jetzt hier in diesem Studio vertreten hast. Wie erklärst du dir das? Das erkläre ich mir damit, dass manche Leute nicht hinschauen wollen oder nicht hinschauen dürfen, so wie es ja auch bei der Corona-blöde Mieterfall war. Das heißt, vielleicht sollte man auch berücksichtigen, warum so eine verdeckte Operation stattfindet. Also wir haben hier Berichte, über die die Mainstream übrigens auch, kein Wort erwähnt, aus der israelischen Presse, Hunderttausende Israelis haben bis zum mindestens 22. September 2023 gegen die heranstehende digitale Diktatur in Israel demonstriert. Weil sie sich nach der Corona-Blödemi praktisch nicht die digitale Diktatur auf Lebenszeit aufs Auge drucken lassen wollten. Es ging hier um die Entmachtung des obersten Gerichtshofs. Teilweise ersetzt durch eine künstliche Intelligenz. Auf Betreiben der ultrakonservativen neuen Regierung beziehungsweise Partei von diesem Herrn Netanjahu. Und dann wird berichtet, und das ist wesentlich, in der Times of Israel, das ist bitte die israelische Quelle, keine Verschwörungstheoretiker-Geschichte, sondern der Times of Israel vom 23. September. Am 22. September waren wieder Zehntausende, manche Quellen reden von Hunderttausenden Menschen, wieder auf der Straße und haben dezidiert gesagt, es wird dem Regime Netanjahu niemals verziehen, dass sie es versucht haben oder versuchen, Israel in eine Diktatur zu verwandeln. Das ist der Punkt. Und so ein Volk, das jüdische, israelische Volk, das sich nicht mehr mit ihrer Regierung einverstanden erklärt, ruft offensichtlich den Bedarf hervor, bei der israelischen Regierung, hier mit harten Fakten eine künstliche Einigung zu erzeugen. Das ist das Motiv dahinter. Denn die Hamas hat nichts davon, wenn der Gazastreifen jetzt vollkommen weggeputzt, gesäubert wird. Was die Hamas vielleicht bewirkt, und das ist eines der Ziele der Hamas, ist, die Einigung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu zertrümmern und die Allianz der israelfreindlichen Staaten zu konzentrieren gegen Israel. Aber ob das gelingt, das wissen wir noch lange nicht. Über die Folgen dieses Naos-Konflikts möchte ich später noch näher eingehen. Aber bevor wir darauf jetzt näher eingehen, möchte ich noch einmal zurück auf diesen Angriff der Hamas und die Folgen eingehen. Weil wir wissen, seit über zehn Tagen herrscht da jetzt mittlerweile Krieg. Einerseits wurden, wie gesagt, über tausend zivile Opfer durch dieses Massaker gefordert von Seiten der Hamas. Aber in weiterer Folge gab es bereits x Luftangriffe auf den Gaza von Seiten Israels, womit unter auch, und da gab es auch mittlerweile Videobeweise, Phosphorbomben eingesetzt worden sind gegen zivile Ziele. Man muss auch dazu sagen, die Menschen sind seit Tagen ohne Wasser, ohne Strom etc. Man muss sich dazu sagen, die Krankenhäuser haben keinen Strom mehr. Da gab es unter anderem ein Interview von Sky News. Der Moderator fragte den ehemaligen israelischen Premierminister, was ist mit den palästinensischen Babys in Brutkästen in Gaza, deren Lebenshaltungssysteme abgeschaltet wurden, weil die Israelis den Strom abgeschaltet haben? Die Antwort, fragen Sie ernsthaft nach palästinensischen Zivilisten, was ist los mit hier? Wir kämpfen gegen Nazis. Schäm dich. Monika, wir wissen nach wie vor nicht hundertprozentig, was stimmt. Wir haben jetzt jüngst einen Vorfall gehabt mit einem Krankenhaus, wo eine Rakete eingeschlagen ist. Das palästinensische Gesundheitsministerium spricht von 300 bis 500 Menschen, die getötet worden sind, vor allem Frauen und Kinder. Einerseits wird behauptet, es war eine eigene Rakete der Hamas. Die anderen behaupten, es war eine israelische Rakete. Fakt ist, die Wahrheit geht als erstes verloren im Zuge eines Krieges. Aber was können wir jetzt erwarten, beziehungsweise rechtfertigt ein Massaker das andere? Nein, natürlich nicht. Man muss ja auch anschauen, was ist die Ursache des Ganzen. Auf das gehen wir ja nachher noch ein. Nämlich die wirkliche Kernursache, die ja im Ersten Weltkrieg wurzelt. Hier ist zu beobachten, dass bereits am 8. Oktober die USS Gerald Ford, der größte und stärkste Flugzeugträger der Welt, mit vier Begleitzerstörern und einem Fernwaffenkreuzer und anderen Schiffen, bereits die Zusage erteilt war und sie waren bereits in der Nähe, dass sie ins Mittelmeer unmittelbar vor dem Gazastreifen dorthin verlegen, um Israel zu unterstützen. Und zwei Tage später, am 10. Oktober, kommt die Aussage von Netanyahu, wir werden einen Schlag gegen den Gazastreifen machen, den werden Generationen nicht vergessen. Es wird Generationen nachhallen. Und im Zuge dessen hat dann auch der sogenannte Verteidigungsminister der Israelische, der Herr Galland, ganz offen gesagt, wir drehen einen Strom, Gas, Wasser, alles ab, denn wir kämpfen gegen Tiere. Und genauso werden wir uns verhalten. Ich würde mir etwas mehr Reflexion von einem sogenannten Volk, also von den Juden, also nicht den Juden, sondern von der jüdischen Regierung, die Bevölkerung ist zwischen 70 und 80 Prozent für eine friedliche Lösung mit den Palästinensern. Ja, sieht sie als Brüder und Schwestern. Aber bei der kleinen Minderheit will halt unbedingt den Krieg führen. Und das Land ganz für sich nehmen, das ursprünglich ja den Palästinensern gehört hat. Punkt. Das ist ein historisches Faktum. Wenn jetzt Netanjahu sagt, vergessen Sie nicht, wir kämpfen gegen Nazis. Also einerseits Tiere, andererseits Nazis. Das ist ein gefährlicher Sager. Nämlich für diese israelische Regierung. Denn wenn ein Jude, wie zum Beispiel Norman Finkelstein, Dr. Norman Finkelstein, Politikwissenschaftler aus den USA, sagt, der Gaza-Streifen ist das größte KZ der Welt, ummauert mit Wachtürmen ins Land hinein. Die Bevölkerung künstlich zusammengepfercht und abgeregelt am Landweg, Seeweg und in der Luft. Dann stellt sich die Frage, wer ist hier der Nazi? Die, die drinnen sitzen oder die das Lager aufgebaut haben? Mit dieser Frage möchte ich jetzt das Publikum stehen lassen. Oder diese Frage hier so im Raum stehen lassen. Ich kann es verstehen aus der jüdischen Geschichte. Verfolgt. Pogrome in Europa und so weiter. Ich kann das nachvollziehen. Holocaust. Es gibt leider immer noch genug Idioten, die das leugnen. Oder in Abrede stellen. Aber wenn man so ein Leid erfahren hat, kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass man dieses oder ein ähnliches Leid jetzt den Palästinensern antut. Man muss sich ja anschauen, was ist denn passiert? 1947. Oder darf ich noch ein Stück weiter zurückgehen? Blicken wir gleich auf die Geschichte. Gerne. Also bis zum Jahr 1917, der sogenannten Palfour-Erklärung, wo der britische Außenminister den Zionisten, also jenen Juden, die einen jüdischen Staat wünschen, es ist ja ungefähr die Hälfte, die in der Diaspora lebt, also in der Zerstreuung, die sagen, wir dürfen gar keinen Staat haben, orthodoxe und viele Rabbis sagen heute noch, der Staat Israel ist illegal. Das sehe ich nicht so. Also ich bin schon für den Staat Israel, muss ich ganz offen sagen. Denn irgendwo muss ja diese Menschenmenge auch einen Staat haben dürfen. Nur das Problem war, dass damals schon Chaim Weizmann, ein Zionist, so während des Ersten Weltkriegs, ganz offen gesagt hat, ja, die Briten haben uns die Unterstützung zugesagt. Und die Briten haben uns auch gesagt, dort leben eh nur ein paar hunderttausend wertlose Neger. Das ist ein Wording, wie es damals üblich war. Ich würde das jetzt nicht an die große Glocke hängen, das ist wahrscheinlich in ganz Europa so kommuniziert worden. Aber es war rassistisch, keine Frage. Aber die Aussage, dort leben eh nur ein paar hunderttausend Neger. Chaim Weizmann bestätigt, so haben es die Briten gesagt. Und dann hat ein wesentlicher, weiterer angloamerikanischer Globalisierer, nämlich Leopold Emery, der damalige Kolonialminister, die Worte ausgesprochen, die von einem jüdischen Historiker, William Ziff, bestens dokumentiert sind und auch im Buch The Rape of Palestine, die Vergewaltigung Palästinas, aufbereitet sind diese Fakten. Leopold Emery, der Briten, hat gesagt, wenn es das jüdische Leid nicht gäbe, müssten wir es erfinden. Denn wir wollen einen starken jüdischen Keil in die arabische Welt treiben. Also in die muslimische Welt, der Araber, der Türken und der Palästinenser. Und das sind Aussagen, wo man weiß, streiten sich zwei, freut sich der dritte, man hilft verfolgten Juden in Europa, eine Heimat zu finden, im palästinensischen Raum. Entschuldigung, Monika, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Das heißt, du behauptest quasi, Israel wurde dort aufgebaut, wo es jetzt ist, seit 1949, wenn mich nicht alles täuscht, um hier einen Dauerkonflikt quasi einzuleiten. Weil man darf nicht vergessen, alle Länder, die rings um Israel beheimatet sind, sind primär muslimische Länder. Also da ist ja der Dauerkonflikt quasi schon vorprogrammiert, wenn man so will. Ja, das ist nicht meine Meinung, das ist meine Analyse. Und die ergibt sich aus den anglauben mechanischen Quellen. Denn wie ist denn die Aussage? Wir treiben einen starken jüdischen Keil in die muslimische Welt im Nahen Osten, um sie indirekt zu kontrollieren. Was brauchen wir denn noch? Das heißt, wir wissen, wer hat es wann gesagt. Und damit fällt auch die idiotische Idee einer jüdischen Weltverschwörung. Es gibt keine jüdische Weltverschwörung, weil die Juden die verschiedensten Lager haben, also Orientierungen haben, Ideologien haben. Die einen ungefähr acht Millionen leben in der Diaspora, weltweit verstreut, wollen kein Staat Israel. Die Ultra-Orthodoxen, die einen wollen kein Staat Israel. Die anderen sagen, wir wollen ihn sehr wohl. Es muss der neue Messias, der kommt, den Tempel da errichten, den Dritten. Und deswegen muss die Moschee Al-Aqwa, Al-Aqwa, oder wie man es ausspricht, die muss weg, die muslimische. Dann gibt es Leute, die wollen einfach nur in Frieden leben, haben mit Religion überhaupt nichts mehr am Hut. Also das Antijüdischste ist, wenn man es mal tun kann, ist, dass man sagt, alle Juden sind einer Meinung und es gäbe eine jüdische Weltverschwörung. Die Balfour-Erklärung wird oft herangezogen, oft auch von Neonazis, die aus meiner Sicht nicht so intelligent sind und auch nicht sehr menschlich sind, wird benutzt, um eine zionistische Weltverschwörung zu instrumentalisieren. Das stimmt nicht. Zionisten haben aus Not heraus einen Staat gesucht, und diese Not wurde, wie er ausgedrückt wurde, von Leopold Emery, vom britischen Kolonialminister, ausgenutzt, um einen jüdischen Stahl, Schwalkeil, da hineinzutreiben. Wer hatte denn die Macht, das mit Waffengewalt, mit wirtschaftlicher Kraft zu unterstrützen? Es waren die Briten, es waren die Franzosen. Und die Russen, also die UdSSR, haben ab 19, also die Nachfolgestaat, hat ab 1917, nach der sogenannten russischen Revolution, die auch Militärputsch war, haben Russen die Archive geöffnet und haben gesagt, schau jetzt, die Briten haben das Land in Palästina an mehrere Seiten verkauft. An die Palästinenser, denen er es ursprünglich gehört, an Juden, an Franzosen und an angeblich vierte Partei an und immer nicht gemerkt hat. Das haben die Russen veröffentlicht. Das heißt, hier gibt es, streiten sich zwei, freut sich der dritte. Und das ist das klassische System, das dahinter steckt, der Balance of Power, das ist die angloamerikanische Spaltungstrategie, ganz einfach für die Zuschauer erklärt. Nur einmal, hausfrauenfreundlich aufbereitet, streiten sich zwei, freut sich der dritte. Der angloamerikaner sitzt laut eigener Verteidigungsdoktrin auf einer Insel. Großbritannien ist im Verhältnis zu dieser Landmasse eine kleine Insel. Genauso ist Amerika klein im Verhältnis zur Landmasse Europa, Eurasien, Afrika zusammen. Wir sprechen jetzt aber einmal nur von Eurasien, Europa und Asien zusammen. Und da ist die Doktrin seit mindestens 1904 der globalen Vorwärtsverteidigung. Das heißt, der Amerikaner verteidigt und der Britte verteidigt seine Küste bereits an der nächsten Küste. Und diese Verteidigung schaut so aus, die nächste Küste ist ja unsere in Eurasien, dass man permanent für Krisenherde sorgt und Kriege sorgt, damit die größte Macht der Welt potenziell, Eurasien, nie in die Situation kommt, dass wir eine gemeinsame Streitkraft haben, eine gemeinsame Wirtschaftssystem, geschweige denn eine gemeinsame Flotte oder eine gemeinsame Luftwaffe. Das sind die Amerikaner, die elf Flugzeugträger haben und ein Imperium haben auf dieser Welt, wo die Römer, wie man so schön sagt, ein Lerchalschast dagegen waren. Das heißt, die Urkatastrophe Erster Weltkrieg diente dazu, genau das zu bewirken, was wir jetzt haben. Der anglomechanische Einfluss, hauptsächlich USA jetzt, haben ja die Briten abgelöst in der Weltvormachtstellung, ist der Erste Weltkrieg der Schlüssel dazu, zu dem, was wir jetzt erleben. Und das ist auch alles schon definiert worden. Ab 1904 vom Sir Helferd-McEin, der AG-Stratege, der gesagt hat, es muss immer Krieg geben zwischen Deutschland und Russland. Wir müssen immer verhindern, dass diese beiden Parteien sich zusammenschließen. Denn deutsche Intelligenz, deutsche Technik, deutsches Kapital und russische Manpower und Ressourcen, die es in diesem riesigen Land gibt, wenn sich das zusammenschließt, haben wir verloren. Sagen Briten, sagen Amerikaner. Das hat dann auch Brzezinski gesagt, Grand Chessboard. Dasselbe hat bis 2015 der George Friedman bei Strategic Forecasting, ich glaube, es war im Februar 2015, gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass Russland und Deutschland miteinander streiten und genau das steckt hinter dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und man muss künstlich für Konfliktherde sorgen. So, was macht man? Man macht einen polnischen Spaltkeil nach dem Ersten Weltkrieg, um damit Deutschland praktisch diesen Keil zu Unrecht weggenommen und wird er zurückerobert. Und damit hat man auch hier bereits die nächste Saat für die nächste Katastrophe Zweiter Weltkrieg gesät. Denn das Ziel, standfest in Europa zu stehen, war ja noch nicht erreicht auch im Ersten Weltkrieg. Unsere Altvorderen haben die Grenzen ja verteidigt. Ich habe das alles im ersten Band von Krieg der Weltwirtschaft auf Strich und Faden belegt, was ich jetzt sage. Also auf Punkt und Strich belegt, was ich sage. Mit über 2300 Quellen, hauptsächlich aus britischen Archiven auch heraus. Das heißt, es geht darum, endlich zu durchschauen, dass der, der außen sitzt und hier Konflikte unterstützt und schürt und vorhandene Unstimmigkeiten ausnutzt, das Leid der Juden ausgenutzt hat, einen starken jüdischen Keil in Palästinien hineinzutreiben, dass das die wahre Ursache der Katastrophe ist. Das ist das, oder sagen wir so, das ist die, der wahre Schlüsselpunkt der Katastrophe. Das Ignorieren, dass da bereits ungefähr 600.000 Palästinenser waren in dem Land. Das Leid der Juden dazu ausnutzen, dass sie immer mehr Forderungen stellen, die ja befriedigt wurden, anscheinend von den Briten. Wir machen das und das für euch und zig Versprechen sind gebrochen worden, damit es immer mehr Konflikte gibt. Das ist bei beiden Seiten, was versprochen worden und nichts gehalten worden. Das heißt, dieser Konflikt wurde aufgebaut und dann 1947, wie du zuerst erwähnt hast, war ja die Resolution, das war die 181, der UNO, Resolution 181, wurde vorgeschlagen, Israel, also Palästina, zu teilen in zwei Staaten. Und da haben die Araber, alle Araber, nicht nur die Palästinenser im Land, sondern auch die jetzigen Feindstaaten rundherum, haben gesagt, die Juden sind gern gesehen als Gäste, aber es gibt keinen eigenen Staat für sie. Stellen wir uns jetzt bitte vor, die Massenmigration verstärkt sich noch, also reine Fantasie, die Massenmigration vielleicht genau von dort verstärkt sich noch mehr in Richtung Europa. Irgendwann einmal im Jahr 2020, 50 sind in Österreich mehr Muslime als Christen, nominelle Christen, mehr Muslime und die Muslime sagen, ja, wir wollen jetzt einen eigenen Staat und die UNO sagt, wir teilen die, wir schlagen die Teilung des Landes vor, in der West- und in der Ostösterreich. Wie würde wohl die indigene Bevölkerung reagieren? Denn das heißt, für hunderte bis Millionen aussiedeln, umwechseln, vielleicht diskriminiert werden, nicht vielleicht, ziemlich sicher diskriminiert werden, vielleicht sogar mit terroristischen Akten belegt werden, bis es endlich so ist, das weiß man aus der Geschichte, dass das passiert. Und genau das ist in Israel passiert, also in Palästina passiert, nur mit der Rückendeckung der Mächte, hauptsächlich Großbritannien und Frankreich beginnend und dann auch USA. Die USA sind die Schutzmacht von Israel Nummer eins. So, und jetzt fahren die Flugzeugträger schon auf, also eine Strikeforce, genauso genannt, ist unterwegs und setzt das Signal, ihr könnt jetzt operieren, liebe israelische Regierung. Genau das ist passiert beim Ersten Weltkrieg, in der Juli-Krise. Es waren die Streitereien, Österreich-Ungarn ist provoziert worden, weil unser Thronfolger ermordet worden ist und die Serben haben sich geweigert, ihre Ermittlungsergebnisse bekannt zu geben. Sie haben sich sogar geweigert, dass ein österreichischer Beamter dann mitwirkt, weil sie haben ja selber nichts geliefert. Und das haben die Briten bezeichnet, als das sei mit der Würde Serbiens unvereinbar. Was für eine Würde, wo mindestens eine Organisation von 50 bis 100 Leuten daran mitgewirkt hat, dass der Thronfolger überhaupt ermordet ist. Wo ja auch alles noch gewesen. Und jetzt haben wir die Situation, dass jetzt wieder provoziert wird, Israel, diese Flotte fährt auf, es fühlt sich jemand bestärkt und damals hat man sich 1914 bestärkt gefühlt, die Briten, die Franzosen einerseits und die Russen andererseits, weil Großbritannien die erste Macht war, die mobilisiert hat. In Spittheit, Südengland, war die gesamte britische Flotte aufgefädelt, sodass der deutsche Kaiser William II. korrekt sagt hat, hey, die sind ja schon kriegsbereit. Das Signal war klar, löst jetzt das aus, was seit 1906, also acht Jahre vor Kriegsbeginn, geplant war und im Detail vorbereitet war, inklusive Portionierung der Meere, wo wird welche Marine hingeschickt, wer marschiert wann in Belgien gegen Deutschland auf, nämlich die British Expeditionary Force. Also das war alles, der Ablauf des Ersten Weltkrieges war im Großen und Ganzen geplant. Und jetzt haben wir die Situation, das war die größte verdeckte Operation, wir haben jetzt erst von verdeckten Operationen gesprochen, die größte atypische verdeckte Operation, man hat Österreich-Ungarn und das deutsche Kaiserreich, also die Mittelstaaten sozusagen in Europa, in die Zange genommen, hat die Mobilmachungen forciert, hat die strategischen Bahnlinien für militärische Zwecke von Russland viersträngig an Ostpreußen herangeführt, das war klar, das wird eskalieren und de facto war das Züngeln an der Waage, die angloamerikanische, in diesem Fall die britische Kraft, die anglosächsische Kraft, macht es nur, wir stehen eh schon bereit. Und der britische Außenminister hat auch mit provoziert und damit hat man dann, Österreich-Ungarn und Deutschland haben aus völkerrechtlicher Sicht absolut legal sich präemptiv verteidigt, das wäre jetzt noch legal, das hat man dann hingestellt als erste Aggression, die völlig überraschend war. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, man hat alles vorbereitet im Vorfeld, um dann denjenigen, der sich verteidigt, als Aggressor hinzustellen. Ich bringe gerne das Beispiel, vier Männer, für Gewaltigen eine Frau, haben aber übersehen, dass die Kraftsportlerin und Kampfsportlerin ist und die haut alle vier nieder. Danach bilden diese vier Männer ein Gericht und sprechen die Frau für schuldig, weil sie unangemessen angegriffen hat. Und das redet keiner mehr von der geplanten Vergewaltigung. Genau das ist mit dem Deutschen Kaiserreich passiert und was wir mitnehmen können auf die Analyse in Israel oder Palästina ist das, dass hier Menschen, die ein großes Leid, nämlich Juden, zu ertragen hatten in Europa, legitimerweise ein Land gesucht haben, in das man auswandert. Dort waren halt schon ein paar hunderttausend Menschen da. Ich sage, genauso gute Menschen wie die Juden. Einige Zionisten und Briten haben gesagt, das sind nur wertlose Neger. Darin liegt die Wurzel des Übels. Dann werden beide Seiten, denen werden Versprechungen gemacht von der britischen Seite, die nie gehalten wurden. Und dann zieht man sich raus und schaut zu, wie sie sich befetzen. Und das ist die Situation, die bis zum heutigen Tage läuft. Das ist das Urproblem. Und wenn man dieses Urproblem, die Wurzel des Problems, sich nicht anschaut, kann man nie und nimmer eine Lösung erzielen, die für beide Seiten eine Bereinigung darstellt, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Zuerst muss man mal schauen, aha, da gibt es einen Dritten, der profitiert. Das ist der Anglamekana. Sonst profitiert niemand. Es profitiert nicht der Staat Israel. Es profitieren nicht die Juden. Es profitieren nicht die Palästinenser. Es profitiert nicht Kontinental-Eurasien. Niemand profitiert von diesem Konflikt. Wir haben menschliches Leid und Militärausgaben. Die Frage, die sich ja hier jetzt stellt, ist ja, welche Folgen dieser neu entflammte Konflikt hat. Man muss ja trotzdem noch einmal dazu sagen, der Konflikt existiert ja seit der Gründung Israels, wenn man so will. Und es sind bis zu dem jüngst stark gefundenen Angriff der Hamas über 100.000 Menschen auf beiden Seiten gestorben im Laufe der letzten Jahrzehnte im Zuge dieses Israel-Palästina-Konflikts. Jetzt muss man aber wirklich die Frage stellen, wie entwickelt sich diese gesamte Geschichte weiter? Wir haben ja schon einiges gehört. Immer wieder gibt es Wortmeldungen von diversen Ländern. Andererseits muss man dazu sagen, Europa zum Beispiel hält geschlossen jetzt hinter Israel. Man muss auch dazu sagen, immer wieder wurde auch in Deutschland nachgefragt von Journalisten, wie sieht das jetzt mit dem Völkerrecht aus? Kann Israel das machen, was es jetzt tut? Nämlich den Gazastreifen vollkommen abzuriegeln von Wasser, Strom etc. Essen? Ich meine, man muss dazu sagen, du hast das eingangs schon erwähnt, es leben zwei Millionen Menschen im Gazastreifen. Die Hälfte davon sind Kinder. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Also keine unmittelbaren Terroristen. Und die Hamas wird jetzt nur noch laut Umfragewerten von ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung unterstützt, wird aber mit Gewalt daran gehindert, jetzt die Bevölkerung von der Hamas zu fliehen. Also hier wird bewusst Völkerrecht dann in gewisser Weise gebrochen, weil wenn Israel jetzt flächendeckend den Gazastreifen bombardiert, dann ist das völkerrechtswidrig. Oder wie siehst du das? Das widerspricht klassisch gegen Kriegsvölkerrecht, aber auch gegen humanitäres Völkerrecht. das ja zusammenhängt in diesem Fall. Man muss klar trennen zwischen militärisch und zivil. Und das ist hier allein schon schwierig, weil die Hamas keine militärische Organisation ist. Die Hamas sind irreguläre Truppen. Nicht einmal eine Miliz, die Hisbollah ist am ähnlichsten militärisch strukturiert. Und auch das in Libanon ist kein Militär. Hier haben wir es mit Guerillakämpfern, mit sich in Kindergärten zu verstecken. So ehrlich muss man sein oder in Krankenhäusern. Und daher umso mehr muss man sagen, es ist natürlich schwierig für Israel aber zu sagen, wir regeln ab und vernichten alles beziehungsweise der Ziel ist ja teilweise ein Exodus über Ägypten wahrscheinlich. Was werden die machen, die Bevölkerung, wenn sie fliehen will und muss? Sie wird wahrscheinlich die Barrieren in Richtung Ägypten durchbrechen. Und dann passiert was? Dann brechen die Dämme und es kommen potenziell zwei Millionen und wahrscheinlich nach den ermordeten vielleicht 1,5 Millionen Menschen wieder in Europa an, möglicherweise. Sofern Israel tatsächlich diesen Kriegs- und humanitär völkerrechtswidrigen Akt der völligen Säuberung, wie sie es nennen, das ist ja keine Säuberung, das ist eigentlich eine Verschmutzung, des Gaza-Streifens vornehmen. Das ist ganz klar völkerrecht. Nur wen in Kriegen hat bis jetzt das Völkerrecht interessiert? Niemandem. Drum sorgt man ja für Vorwände. Drum wird ja emotionalisiert im Sinne von Schaut, das sind die Nazis. Also zwei Millionen, laut dieser Ausdrucksweise sind zwei Millionen Tiere, also laut jüdischen Aussagen von Präminier und Verteidigungsminister leben zwei Millionen Tiere und Nazis innerhalb von einem KZ. Das geht sich nicht ganz aus, oder? Das geht sich nicht ganz aus. Und den Begriff KZ habe ich gesagt, hätte ich geschaffen, das von Norman Finklstein. Ein Jude, ein Politikwissenschaftler. Der sehr mutig aufsteht und sagt, so ist es. Und dann wird ihm angekreidet von einer kleinen zionistischen Minderheit, er sei anti-jüdisch. Das geht sich auch nicht aus. Die Fakten, du hast gesagt, ich nehme harte Worte. Meine Worte, die Analyse, der Realität, der Wahrheit, sind nur für den Hort, der in einer Illusion lebt. Wir müssen noch hinschauen, was ist geschehen. Und wenn dieser Konflikt aufgelöst werden soll, und hoffentlich wünschen sich das unsere Regierungen. Dann muss man schauen, was ist die Ursache, wer profitiert davon, und wie löst man es am besten auf. Und das kann nicht sein, dass man einseitig für eine Partei sich positioniert, einseitig sagt, wir stehen hinter Israel, ich stehe auch hinter Israel, ich stehe aber auch hinter den Palästinensern. Man muss hinter beiden Seiten stehen und schauen, dass sie sich an einen Tisch setzen, aber du fragst dir, was wird passieren. Was ziemlich sicher passieren wird, ziemlich sicher ist, dass der Gazastreifen tatsächlich verstärkt bombardiert wird und in einem Zeitraum von drei bis fünf Wochen wahrscheinlich dann mit Bodentruppen das Restliche getan wird. Also Menschen ermordet und vertrieben. Das heißt, wir haben teilweise einen Exodus, teilweise einen Genozid, der absolut nicht nötig ist. Was wird die Reaktion der arabischen Welt sein? Die arabische Welt wird wahrscheinlich, ich habe ja in kurz, ich habe es eh schon in einem Video erklärt, es kommt heute raus mit dem Thorsten, das haben wir gestern gemacht, nach Rücksprache mit einem guten Freund von mir, der Generalstabsoffizier des österreichischen Bundesjahres haben wir eine kurze Lageanalyse gemacht und dann aus Sicht der arabischen Länder etwas dargestellt, das sie anhand dieser Grafik erklären möchte. Ihr könnt das ja vielleicht auch noch einblenden. Man sieht hier den potenziellen Aufmarsch jetzt nicht von regulären Truppen. Ich gehe davon aus, dass die arabische Welt schlau genug ist, dass sie keinen, obwohl sie Israel niederringen könnten mit militärischen Kräften. Wir haben ein Kräfteverhältnis von 4,7 zu 1 ungefähr. Also alle Feindstaaten zusammen gegen Israel sind fast fünffach überlegen. Israel kann sich grundsätzlich nicht verteidigen, ist nicht verteidigungsfähig in Israel, weil für die Verteidigung, für diese Kampfform brauchst du genug Terrain. Du brauchst Tiefe, das hast du nicht. Und wenn du umzinglig bist von Vereinten im Norden, Osten und im Süden und du hast das mehr im Rücken als im Westen, ist nicht genug Raum da auch schon gar nicht für eine grenznahe Verteidigung. Also hat die IDF, die Israel Defense Force, ist das was für ein Auftrag, so verstehen sie sich, hauptsächlich zur Abschreckung. Bestehen durch Abschreckung. Bestehen durch Antiterrormaßnahmen. Das heißt, Gegenschläge. Und wenn man das weiß, dann ist auch klar, dass wahrscheinlich die arabische Welt einen großen Krieg gar nicht braucht gegen Israel, von dem abgesehen, dass er sehr gefährlich wäre, weil wir haben zwei Atommächte. Iran vertritt den Osten, Israel den Westen. Wir haben etwas eher russisch Unterstütztes, etwas eher USA Unterstütztes. Jetzt gibt es die Möglichkeit, aus Sicht, jetzt kommen wir auf die Grafik zu sprechen, aus Sicht der arabischen Staaten, man nimmt nur irreguläre Kräfte, die von der Regierung offiziell nicht unterstützt werden und auch nicht gut geheißen werden, aber de facto werden sie militärisch, wirtschaftlich total unterstützt. Das darf ich nur kurz erklären. Bis 1973 galt in Israel und Palästina auf beiden Seiten das Prinzip der Trinität der Kriegsführung. Also drei Gliederungen. Der Krieg ist getragen von der Regierung durch reguläre Streitkräfte, also das Militär und die Bevölkerung. Diese drei Elemente standen jeweils hinterm Krieg. Bis 1973 der Yom Kippur-Krieg. Also wir wissen, 1967 hat Israel wahnsinnig viel erobert. Westjordanland, Gazastreifen, Golanhöhen, sogar Sinai-Halbinsel und so weiter. Und 1973 war eben der Yom Kippur-Krieg und dann kam es nur zum Frieden, weil sich die USA intensiv für Israel eingesetzt hätten, weil sonst hätten tatsächlich die Feindstaaten Israel niedergekämpft. Ab 1973, also nach 1973, nach dem Yom Kippur-Krieg, kippt es. Und zwar Israel kämpft weiter mit regulären Streitkräften. Das ist Israel hoch anzurechnen. Und die Palästinenser kämpfen, um nicht die starken westlichen Staaten hineinzuziehen, kämpft mit irregulären Kräften. Es ist alles bis jetzt irregulär gewesen. Hisbollah, Hamas, Taliban und so weiter. Und diese Kräfte stehen ja jetzt alle zur Verfügung. Diese irregulären Kräfte von allen Feindstaaten zusammen könnten zwischen 100.000 und 120.000 schnell verfügbar sein, relativ schnell verfügbar sein. Wir haben Fernkräfte und Nahkräfte. Fernkräfte, sagen wir ungefähr 30.000, die teils aus dem Bereich Afghanistan über... Also reden wir von der Taliban jetzt? Taliban, Iran, Irak herangeführt werden in einen, nennen wir es, Verfügungsraum, den wir mit Bagdad jetzt einmal bezeichnen. Im Raum Bagdad ist der Verfügungsraum für diese Kräfte. Und von dort splitten sie sich auf, einerseits in Norden, Richtung Syrien, sprich Damaskus, wo es ja ein Auslandsbüro der Hamas gab oder vielleicht auch immer noch gibt. Und in Jordanien, in Amman. Um von dort aus gegen die nordnördliche oder nordöstliche und östliche Flanke Israels permanent Nadelstiche zu versetzen. Guerillataktik. Partisanenkampf. Und der Vorteil dieser Kräfte ist, sie können erstens offiziell nicht einem Staat zugerechnet werden, aber sehr wohl unterstützt werden. Und damit bricht diese Trinität, die ich zuerst erwähnt habe, der Kriegsführung weg. Du hast keine Regierung, die hinter den offiziell, keine Regierung, die hinter diesen irregelegenen Truppen steckt. Du hast auch kein Militär, das offiziell dahinter steckt. Wahrscheinlich werden sie sich zwar ausbilden, mit Munition versorgen. Nichtsdestotrotz müssen diese Truppen durch irgendwelche Länder durch. Das muss man ja auch irgendwie absichern. Ja, natürlich. Und da gibt es ja, aber kurz noch weiter, die Bevölkerung steht grundsätzlich auch nicht offiziell hinter den irregelegenen Kräften. Aber man kann die Bevölkerung jetzt nicht trennen von den unmittelbar, von den irregulieren Kräften, weil sie ja sehr ähnlich ausschauen. Und die Durchmarschbewilligungen wurden sicher schon beantragt und wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit schon genehmigt, während wir da reden, von Afghanistan über Iran in den Irak und dann nach Syrien und Jordanien. Also Truppenbewegungen, das sind ja keine regulären Truppen. Sollte diese Strategie jetzt stattfinden, was wir ja nicht wissen, das ist ja rein jetzt nur in die Glaskugel schon hypothetisch. Aber noch einmal kurz gefragt, weil wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit, aber noch einmal kurz gefragt. Das heißt, du sagst ganz klar, entweder es gibt jetzt in absehbarer Zeit wirklich nennenshafte Friedensverhandlungen oder die ganze Geschichte eskaliert. Oder die Geschichte eskaliert. Eindeutig, weil beide Seiten sind bereits darauf vorbereitet. Und man darf ernst nicht vergessen, wenn am Gazastreifen, und das ist der Schlüssel jetzt, wenn am Gazastreifen diese sogenannte israelische Säuberung stattfindet, wir haben dort vielleicht 15.000, wann überhaupt, Hamas-Kämpfer, die bereit sind, den Märtyrer dort zu sterben. Und im dichtesten urbanen Gelände, das wird ein Vietnam II, nur halt im urbanen Gelände. Und wir wissen, psychologisch hat diesen Krieg nicht Vietnam gewonnen, also schon Vietnam gewonnen und die USA psychologisch verloren. Militärisch natürlich schaut es ganz anders aus, aber psychologisch verloren haben die USA. Und in diesem Krieg könnte hier Israel psychologisch verlieren. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt haben wir aber noch andere Kräfte. Wir haben ja im Norden noch, im Süd-Libanon, haben wir noch die Hisbollah mit ca. 60.000. Und wir haben im Westjordanland auch noch zwischen 5.000 und vielleicht 10.000 kampffähige, irreguläre Soldaten. Also in Summe, was wir jetzt alles genannt haben, so 110.000, also zwischen 100.000 und 120.000, also so ca. 110.000 könnten rasch verfügbar sein und auch immer wieder nachgeführt werden. Die demografische Entwicklung. Ja, wenn ein Dschihad quasi ausgerufen wird möglicherweise. Ja, wir haben es hier mit einem potenziellen Glaubens- und Bruderkrieg. Also es ist jetzt schon ein Glaubenskrieg, aber es ist auch ein potenzieller Bruderkrieg, wo die demografische, man braucht sich ja nur die Landkarte anschauen. Also das kleine Zwutschgerl da ist Israel. Also auch aus diesem Grund, wer im Sinne aller und auch insbesondere im Sinne Israels, nämlich der Bevölkerung, die mit Masse Frieden will, mit diesen Menschen denkt pro-jüdisch, der muss mit beiden Seiten reden und muss ein nachhaltiges Gespräch anleiern, also ein Gespräch mit Nachhaltigkeitseffekt, sodass eine Lösung erzielt wird, vielleicht im Sinne des Zwei-Staaten-Modells oder Gesamtstaat. Es muss eine Möglichkeit erzielt werden, sodass beide Seiten nicht das Gefühl haben, dass sie verloren haben, sondern dass beide Seiten zumindest einen Teil gewinnen, aus politischer, ethnischer, religiöser Sicht erzielen. Und ich kann nur noch einmal sagen, das sagt für mich alles aus. Damals wurden, ab dem beginnenden 20. Jahrhundert, wurden emigrierende, aufgrund von massivem Leid, sicher ungern, aber doch auswandrende Juden, mit offenen Armen von den Palästinensern empfangen. Und es wird Zeit, dass man sich auf das wieder zurückbesinnt und eine Lösung erzielt, die im Sinne von beiden ist, nämlich Juden und Arabern, aber sicher nicht im Sinne derer, die hier von außen künstlich spalten und sie einen jüdischen Spaltkeil in der arabischen Welt wünschen. Das muss jetzt endlich auch der israelischen Regierung einleuchten. Ich habe nur meine Zweifel, dass das passieren wird. Das ist an der jüdischen Bevölkerung. Also wenn du mich fragst, beide Teile natürlich, aber die beste Möglichkeit jetzt, hier einzuwirken, auf die israelische Regierung, ist natürlich die jüdische Bevölkerung. Die muslimische Bevölkerung am Glaserstreifen kann überhaupt nichts mehr sagen. Die sind völlig unter der Fuchtel, die sind auch eingesperrt. Man merkt es ja, da kommen ja auch kaum Bilder raus. Aus Israel kommen die Bilder von den Demonstrationen. Es waren Hunderttausende auf der Straße gegen die digitale Diktatur. Also wären wahrscheinlich Millionen potenziell könnten auf die Straße gehen, um gegen diesen Krieg und für den Frieden auf die Straße zu gehen. Dann kann Netanjahu auf der Stelle abtanken. Und aus meiner Sicht sind seine Tage gezählt. Sind wir gespannt, Monika, wie sich die ganze Geschichte dort jetzt weiterentwickelt. Wie gesagt, wenn jetzt keine Friedensverhandlungen passieren, könnte es in einem Massaker enden. Egal ob für Israel oder für Palästina, ich glaube, Fliegensverhandlungen sind das Entscheidende, weil, wie schon Paul Valery in einem Zitat gesagt hat, der Krieg ist ein Massaker von Menschen, die sich nicht kennen, zum Nutzen von Menschen, die sich kennen, aber nicht massakren. Und da muss man auch zum Beispiel dazu sagen, führende Hamas-Terroristen sollen ja jetzt in Katar im Luxushotel Four Seasons wohnen. Brisantes Nebendetail, Mehrheitseigentümer dieser Kette ist Microsoft-Mitbegründer Bill Gates. Das nur am Rande. Und zum Schluss dieses Gesprächs. Monika, ich bin davon überzeugt, wir werden einen Folgetalk machen, sei es via Zoom oder auch live wieder im Studio. Ich sage danke für deine heutige Expertise. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ein Wort noch. Es wird auch gesagt, Krieg ist ein Zustand, wo alte Männer junge Menschen in den Tod schicken. Wird Zeit, dass die jungen Menschen sich erheben? Absolut. Danke für deine heutigen Einschätzungen. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute einen etwas anderen Blick auf diese gesamte Geschichte bieten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim RTV Talk. Spezial. Bis zum nächsten Mal. Erreiche uns überall und verpasse nichts. Folge uns auf unseren Social Media Kanälen und sei am Puls des Geschehens. Finde uns auf Facebook, Instagram, Odyssee, Twitter und YouTube. Wir sind überall präsent, um dich mit aktuellen Informationen zu versorgen. Sei auch du dabei. Kommentiere, teile und lass uns wissen, was du denkst. RTV. Wir sehen uns.